In meiner Freizeit gibt es viele Dinge, die ich gerne mache. Zum Beispiel treffe ich mich gerne mit Freunden und wir unternehmen etwas zusammen, zum Beispiel ins Kino oder ins Theater gehen. Wir spielen auch gerne Sport zusammen, zum Beispiel Fußball oder Tennis. Ich bin auch sehr kreativ und male gerne in meiner Freizeit. Ich habe auch schon an einigen Kunstkursen teilgenommen und lerne gerne neue Fremdsprachen. Eine weitere Freizeitaktivität, die ich gerne mache, ist das Reisen. Ich liebe es, neue Orte und Kulturen zu entdecken und mache gerne Ausflüge in die Natur, um die Landschaft zu genießen. In meiner Freizeit habe ich auch immer ein Buch dabei, um mich zu beschäftigen und neue Ideen zu sammeln. Ich lese gerne Romane und Sachbücher und lerne gerne neues Wissen. Insgesamt gibt es viele Möglichkeiten, wie ich meine Freizeit gestalten kann und ich genieße es, die verschiedenen Aktivitäten auszuprobieren und mich zu beschäftigen. Hören und Üben In meiner Freizeit gibt es viele Dinge, die ich gerne mache. In meiner Freizeit gibt es viele Dinge, die ich gerne mache. Zum Beispiel treffe ich mich gerne mit Freunden und wir unternehmen etwas zusammen. Zum Beispiel ins Kino oder ins Theater gehen. Zum Beispiel treffe ich mich gerne mit Freunden und wir unternehmen etwas zusammen. Zum Beispiel ins Kino oder ins Theater gehen. Zum Beispiel treffe ich mich gerne mit Freunden und wir unternehmen etwas zusammen. Zum Beispiel ins Kino oder ins Theater gehen. Wir spielen auch gerne Sport zusammen, zum Beispiel Fußball oder Tennis. Wir spielen auch gerne Sport zusammen, zum Beispiel Fußball oder Tennis. Wir spielen auch gerne Sport zusammen, zum Beispiel Fußball oder Tennis. Ich bin auch sehr kreativ und male gerne in meiner Freizeit. Ich habe auch schon an einigen Kunstkursen teilgenommen und lerne gerne neue Fremdsprachen. Eine weitere Freizeitaktivität, die ich gerne mache, ist das Reisen. Ich liebe es, neue Orte und Kulturen zu entdecken und mache gerne Ausflüge in die Natur, um die Landschaft zu entwickeln. Ich liebe es, neue Orte und Kulturen zu entdecken und mache gerne Ausflüge in die Natur, um die Landschaft zu genießen. Ich liebe es, neue Orte und Kulturen zu entdecken und mache gerne neue Orte und Kulturen zu entdecken und mache gerne Ausflüge in die Natur, um die Landschaft zu genießen. Ich liebe es, neue Orte und Kulturen zu entdecken und mache gerne neue Orte und Kulturen zu entdecken. Ich liebe es, neue Orte und Kulturen zu entdecken. In meiner Freizeit habe ich auch immer ein Buch dabei, um mich zu beschäftigen und neue Ideen zu sammeln. Ich lese gerne Romane und Sachbücher und lerne gerne neues Wissen. Ich lese gerne Romane und Sachbücher und lerne gerne neues Wissen. Ich lese gerne Romane und Sachbücher und lerne gerne neues Wissen. Insgesamt gibt es viele Möglichkeiten, wie ich meine Freizeit gestalten kann und ich genieße es, die verschiedenen Aktivitäten auszuprobieren und mich zu beschäftigen. Insgesamt gibt es viele Möglichkeiten, wie ich meine Freizeit gestalten kann und ich genieße es, die verschiedenen Aktivitäten auszuprobieren und mich zu beschäftigen. Wortschatz Das Ding Die Dinge Das Ding Das Ding Die Dinge Das Ding Die Dinge Das Ding Etwas zusammen unternehmen Etwas zusammen unternehmen Malen 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 Teilnehmen an 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 Entdecken 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 Der Ausflug Die Ausflüge Der Ausflug Die Ausflüge Der Ausflug Die Ausflüge Die Landschaft Die Landschaft Die Landschaft Genießen 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 Die Idee Die Ideen Die Idee Die Ideen Die Idee Die Ideen Der Roman Die Romane Der Roman Die Romane Der Roman Die Romane Das Wissen Das Wissen Das Wissen Das Wissen Insgesamt Ausprobieren 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 Beschäftigt 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 Beschäftigt